juhu zusammen an boxing zeit nur hobby das hier war beim mittsommer hobby im angebot dieses sox flower pop hat diese farbpartie und die farbnummer ist 09 mit nadelstärke stricken zweieinhalb bis dreieinhalb millimeter häkeln vier bis viereinhalb millimeter zusammensetzung 75 prozent wolle 25 prozent polyamid 100 gramm 400 laufmeter maschinen waschbar auf 30 grad ihr seht es ist ein jahr mittel der nachfragen würde ich jetzt mal sagen kann man eigentlich auch mit strick nadeln ja zweieinhalb bis dreieinhalb das passt schon ja ich habe noch eine kein problem lasse fallen so ihr habt dann die farben davon zwei stück wie gesagt die eine liegt da hinten so dann habe ich die war bei auch beim mittsommer ihr bezahlt entweder für den versand 9 euro quatsch ja doch entweder gratis versand oder ab 9 euro gratis versand bei hobby manarola habe ich mir noch mal bestellt 100 prozent acrylic polyacryl 100 gramm 240 laufmeter verstrickt werden kann es mit vier bis vier in halber verhält werden genau das gleiche das ist einmal eben hier gucken also wenn ihr euch die auch bestellen möchtet hat dass die farbnummer 1 vor partie ist ja klar zu lesen könnt ihr ja selber ich mache da raus ein kleid habe schon angefangen damit ja die also ihr seht ja wie das mit dem faden hier ist da müsst ihr selber schauen ich verhäkel das mit einer stärke 3,5 mit meinen prümen ergonomics klar ich verlinke euch das alles dann schlag da bitte heute noch zu weil ich nicht weiß ob das nächste woche noch drin ist so dann habe ich davon auch noch mal hier diese entzückenden zwei also noch mal und hier meine kohle jetzt weiß ich gerade nicht nee also ich glaube doch die kohle die war letzten mittwoch im facebook live shopping shopping das war gut live shopping shopping bei hobby noch mal zugeschlagen kostete sie nur 13 euro statt 23 naja das ist die also die gibt es natürlich nicht mehr das gilt nur 24 stunden dieser happy 40 ist dann 40 prozent günstiger das gilt immer nur von mittwochs 18 uhr bis sonnerstags 18 uhr also letzten mittwoch 18 uhr ist auf jeden fall immer mal wert da reinzuschauen über facebook läuft das ganze ja farbnummer 21 partie 9016 sind vier fäden ist ein gras grün für die sagen ach ja und es ist ja noch bei 40 grad waschbar wurden die waschenweise war schön weiß da sind die waschen reise so es ist sogar 95 grad waschbar finde ich gut ja verhält oder verstrickt wird das ganze oder kann das ganze werden mit stricknadel drei millimeter häkeln genauso drei millimeter es sind 500 gramm 1700 laufmeter fast zwei kilometer garn das ist die eine farbe gewesen und jetzt kommt hier nummer zwei bin nun mal ja blau grün türkis alles mögliche fan das sind die gleichen werte nur eine andere farbnummer jo das war das an unboxing genau schlag da wenn es geht heute noch zu also hier kriegt natürlich keine prozente mehr drauf das geht das ist schon vorbei mit den prozenten aber ja kommt dann mal jeden mittwoch nächsten mittwoch gibt es kein hobby live shopping weil urlaubszeit dort ist bei hobby ja dafür wieder ab dem 26 sechsten ja das wollte ich euch nur mal als info mitgegeben haben es werden aber einige von euch denke ich mal wissen ja ich war doch nicht durch schön die haare sitzen noch nicht wie sie sollen und so ja egal mir ist das egal ansonsten wünsche ich euch jetzt beim stöbern bei hobby viel spaß ich verlinke euch das alles natürlich die ganzen sachen die ich gerade gekauft habe verlinke ich euch ja und dann bleibt mir bitte gesund allen anderen gute besserung was soll ich noch sagen vielen 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 dank fürs kräftige anschauen meiner videos fürs liken für die kommentare super dankeschön vielen vielen dank ja empfehlt mich gerne weiter die die dann reinkommen noch sagt ihnen bitte dass wenn sie den abo knopf gedrückt haben die glocke aktivieren müssen dann verpassen die auch kein weiteres video von mir denn sie werden benachrichtigt bis zum nächsten mal ach ja hab bitte geduld ja ich weiß nicht wann das nächste anleitungsvideo wann das nächste unboxing sein wird keine ahnung es kann jetzt auch mal sein dass ich zwei wochen brauche drei wochen brauche wie auch immer ja also nicht jetzt irgendwie aus dem anzug hopsen oder sagen die blöde kuh warum melde sie sich nicht weil ich ja nun selber das alles stricke und häkle und das braucht halt zeit jacken kleider ein generell bekleidung wenn es nicht gerade top ist tops gehen immer eigentlich sehr schnell wenn ich dicke wenn ich dickes garn habe und mit der dementsprechend den häkeln nadel verhäkeln kann klar dann geht es natürlich rasend schnell aber so ist es ja nicht immer und deswegen bitte habt da geduld dankeschön an dieser stelle dafür so ich wünsche euch war es alles liebe alles gute macht es gut bis dann eure melanie